Eine große Verantwortung liegt nur noch auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkreppeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Sie are very interesting. Das Starke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. So, anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel trampe in jeder Außenseiter als Gemeinschaftsfremd-Tod. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für die Menschen gelten. Himmler hat die Lübeck. Den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei den Grafen bei Radotte. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler. Das ist der schlimmste Verrat von allen. Göring, ja. Er war korrupt. Immer schon. Späher, ja. Ein weltfremder, unbereichenbarer Künstler. All die anderen, ja, 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 ja. Aber Himmler. Ja, ist das echt wahnsinnig geworden. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich werde krank. Ja, vielleicht schon dort. Bitte. Lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Retscherlein. Und holen Sie mir Fägelein. Herr Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will zur Fazerbericht.